Hey, Johannes hier von NewGadgets.de und ich bin gerade auf der CES 2023 in Las Vegas und schaue mir hier am Stand von Asus das neue ROG Zephyrus G14 2023 an. Das Zephyrus G14, das hat ein 14 Zoll 16 zu 10 Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel. Es gibt hier mehrere Panels von Asus, einmal mit Mini-LED oder ein IPS-Level-Panel. Die Bildwiederholfrequenz, die beträgt 165 Hertz mit einer Reaktionszeit von 3 Millisekunden. Damit haben wir also wirklich super flüssige Bewegungen. Es unterstützt G-Sync und es ist auch noch ein mattes Display. Hier über dem Display, da haben wir eine 1080p Webcam für Streaming oder für eure Meetings. Ausgestattet ist das Notebook mit einem AMD Ryzen 9 7940 HS mit bis zu 5,2 GHz Taktrate. Außerdem haben wir hier die Wahl zwischen einer NVIDIA GeForce RTX 4080 oder 4090 Laptop-Grafikkarte. Für das System gibt es bis zu 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher und für den Nutzer 1 TB PCIe 4.0 SSD. Die Tastatur, die ist mit einer Zone RGB beleuchtet, darauf lässt sich wunderbar schreiben. Wir haben hier unten natürlich auch noch ein Touchpad mit integrierten Tasten. Und von den Anschlüssen her haben wir hier einen 3,5 mm Audio-Port, HDMI 2.1 FRI, 2x USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2 mit Displayport, USB-C 4 mit Displayport und ein MicroSD-Kartenleser. Von der Konnektivität her steht hier WiFi 6E und Bluetooth 5.2 bereit. Mit seinen Abmessungen von 31,2 x 22,7 x 1,85 cm und einem Gewicht von nur 1,65 kg haben wir hier ein wirklich kompaktes Notebook, welches aber trotzdem richtig gute Gaming-Leistung für unterwegs bietet. Mir gefällt die Verarbeitung hier auf jeden Fall. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist hier der Displaydeckel. Da befindet sich nämlich die Anime-Matrix, die mit Animationen oder statischen Bildern versehen werden kann, die ich einfach wirklich sehr cool finde. Denn damit kann man sein Notebook einfach super personalisieren und es sieht einfach wirklich sehr cool aus. Ein Preis und eine Verfügbarkeit für Deutschland wurde bislang leider noch nicht kommuniziert. Da muss ich euch wirklich noch ein bisschen vertrösten. Ihr schaut dann einfach gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da ist nämlich ein Link zu meinem Artikel. Und sobald das Ganze wirklich nachgereicht wurde, da kann ich euch da im Artikel natürlich nochmal ein Update geben. Ja, und das war mein erstes Hands-On hier vom neuen 2023er ROG Zephyrus G14, hier von der CES 2023. Falls ihr Fragen zu dem Gaming-Notebook habt, dann stellt sie doch gerne unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich meine, ihr kennt es ja. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Haut auch auf jeden Fall die Glocke an, damit ihr keines meiner zukünftigen Videos verpasst. Denn hier auf der CES 2023 habe ich noch so einige coole Gadgets im Gepäck, die abgeloadet werden. Und vielleicht seht ihr ja gleich im Anschluss zu diesem Video eines, wo ihr dann draufklickt. Und dann sehen wir uns direkt im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.